Wir sehen die Fragen. Frau Werner ist als Architektin in einer großen Firma angestellt. Ist das falsch? Aber warum? Das war der Text. Interview von Frau Werner. Hier sagt man, Frau Werner ist als Architektin in einer großen Firma angestellt. Ich bin frei Architektin. Ja, ich bin frei Architektin. Das bedeutet, sie hat eigene Arbeit. Vielleicht eigene Firma oder eigenes Büro. Sie arbeitet nicht bei einer bestimmten Firma. Sie ist freiwilliger, freiwilliger bedeutet, selbstständig. Das sollte man sagen. Nicht freiwilliger, selbstständig. Ja. Zwei. Sie fuhr auf die Baustellen, um Kunden zu treffen. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Sie sagte, dort etwas zu kontrollieren. Ja. Sie kontrolliert etwas. Sie war dort etwas zu kontrollieren. Richtig. Ja. Sie war. Ich war auf einer meiner Baustellen, um dort etwas zu kontrollieren. Also nicht kunde zu treffen, also nicht kunde zu treffen, nicht kundin zu treffen. Okay. Und hier frei Architektin. Anput eins. Und hier Anput zwei. Drei. Der Unfall passiert, weil sie zu viele Dinge gleichzeitisch gemacht hat. Richtig. 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 Eine Unaffmerksamkeit. Man redet mit jemandem, das Telefon klingelt. Man hat Aten auf dem Arm und und und. Also das ist ein Multitasking Problem manchmal. Ja. Ja, also 3 ist richtig. Sie hat gleichzeitig viele Dinge gemacht. Alle verstehen schon? Pradip, Deepak, Rohit, verstehen Sie schon? Vishal, okay. Wenn jemand gelesen hat, versteht man auf jeden Fall. Ja, sie hatte eine schwere Kopfverletzung und musste in eine Spezialklinik. Ja, falsch. War sie nicht in einer Spezialklinik? Ja, aber sie war nicht, aber Kopfverletzung. Okay, Kopfverletzung ist falsch. Ja. Okay, was für Verletzung gab es dann? Warum? What kind of injury was there? Wirkalengehe长 das eine Spine стороны. Spine*** Ah, richtig. Spine. dép reparle schware. Sie hat eine schwere WIRBAL-zk recently? Also das ist Wirbelzäule, vom oben nach unten, Spinal, oh schade, Wirbelzäule, dann das ist falsch, Kopfverletzung ist falsch, Wirbelzäulenverletzung, weil sie nicht mehr laufen konnte, weil sie lange in einer Reha-Klinik, Rehabitation Center, richtig, okay, klar, sie musste da, aber, ja, hier, ich habe das laufen, neu lernen müssen, zählte sich nicht mehr, und konnte erst nach 5 Monaten in einer Reha-Klinik, Reha-Klinik, Spezialklinik, ja, Frau Werner ist seit über sieben Jahren, bei der Berufsgenöschenschaften, versichert? Nein, das ist falsch, das ist richtig, warum richtig? Das ist richtig, nicht falsch, was ist über sieben Jahre berötet? Was berötet? About, 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 was? About, about, over the work About, about, about Uber berötet more than seven years. Okay, okay. Und sie ist seit acht Jahren, und acht Jahre, acht Jahre, since mehr als sieben Jahre, also das ist dann richtig. Klar? Ja. das können wir hier sehen vor acht jahren freiwillig in berufsgenoschenschaft für die die und das bringt die 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 BG übernommen alle kosten, nur einer Rente, wollten sie nicht zahlen. Die BG übernommen alle kosten, BG übernommen alle kosten, die Organisation von Rischdisch oder Falsch, das ist Falsch. Die BG übernommen alle kosten, die BG übernommen alle kosten, aber die BG übernommen alle kosten. Nein, nur einer Rente, wollten sie nicht zahlen. Die BG wollte ihnen sicherlich auch eine Umschulung, wenn nötig sogar Rente zahlen. Sie sagt, ja, diese Kosten übernimmt die Berufsgenossenschaft, aber zum Glück war das nicht nötig. Das war nicht nötig. Necessary. Sie konnte weiter arbeiten, nicht gebraucht. Verstanden? Also das ist Falsch. Frau Werner arbeitet wieder als Architektin, aber nicht mehr auf Baustellen. Falsch. Ich riskiere nichts mehr. Sie startet also um Baustellen, Construction Sites. Aber sie riskiert nicht mehr. Auf einer Restländerbank kann ja. Multitasking, also am Arbeitsplatz, geht nicht. Nachher, nachher. Sie hat das gelernt. So, sie hat das gelernt. We are jolten out von anderen Land. We are mission nicht immer. Also, auf selbst experimentieren. Na? Duserno'nke dukse, duserno'nke accidents se, humko bhi sikhna chaiye. We are hectic. We are multitasking, kabhi, kabhi, kabhi. Also, das joltan, formiden werden. Formiden werden. Formiden werden? Should be avoided. Was war noch? No, I am un jim shes. Adjektiv. End war. Are you here? Mainan ji das? I did. Ja. Viva das? Ayn fach. Ja. 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 Da. Waispiele bitte? Ayn e der Gryosten Industrie Regunen. Ayn e der Gryosten. Ayn e der Gryosten. Gryosten. Ayn e der Gryosten Industrie Regunen. Plural Plural Feminine Du sagst Plural Feminine Du sagst Plural Feminine Ja Regionen Feminine Regionen Feminine Regionen Feminine Regionen Genetive Ja Genetive Ja Deer Of the One of the industry regions One of the industry regions So, of the agya means genetive Bund Bestimmt Bestimmt While Aine Deer Aine Deer One of the Within Deer Is that bestimmt Next Den Kleinan Pusen Kleinan Rishan Kleinan Pusen Sir, I have a den Den Kleinan Pusen Den Kleinan Pusen Pusen Sir, I have a den Fusen Fusen Plural Fusen Plural Fusen Are masculine Their flus Normali Vais Are singular Is that Aakku jatdi 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 Saakku jatdi Aakku jatdi Aakku jatdi Aakku jatpi Aranges Aakku jatdi Jatdi Yat. Jatdi Jatdi , Aakku jatdi Tanna 니 Haskunu deatib Bez tib You Elle Bez tib And Bez tib Dib Bez tib ja 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 Der, die, das, die Den, der, dem dem, der, dem dem, dem plus n in generative dash, der, dash, der dash, der ja, so here, den is found here, dative plural ok, next Das Rines 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 Zimular Zimular Masculine Masculine Der, nine Genitive Bestimter Und bestimt Des, des Rines Here is Masculine genitive Ok Der, der, die der, die der 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 Die Siste des Rour gebiet. 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 Ganative 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 So des gebiets Ganative und das ist es oder Es ist der Industriellisereum Deutschlands Haa Es ist der Industriellisereum Deutschlands Ok Singular Singular Deutschland Singular Feminine Geschichten Feminine Die Geschichten Die Geschichten Die Geschichten Deutschlands Die Geschichten Denative Genative Genative Bestent 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 Ok Herr Kjule S Skwarzen gulders della schwarzern Ingungla comeige Das ist das, das ist das. Denative and Bastion Indent Session Indent Session Session Plural Original ist das Session Plural Session Plural Neutral Okay, now we will check with the other Voice Rohit Rohit und Deepak Prajuk maal bitte Rohit und Deepak Indent Grosan Session Indent Grosan Session bitte Rohit und Deepak Plural 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 und Neutral Neutral Ja Session Plural und Neutral Session Un Pas Im Sa Bay Okay, next Indien kleinen Indien kleinen Indien kleinen Indien kleinen Indien kleinen Poisson Poisson Okay, wir checken mal mit Pradik und Akshay Jetzt kann ich sagen Indien kleinen Poisson Indien Indien oder Plural 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 Ja Okay Stipe hier Plural Plural und Plural 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 Nominative, Akkuzative, Dativ? Akkuzative Das ist Akkuzative Indi Anjuns hat das indengebezin na? Ok, vera das indengebezin Bestimt Bestimt Di, de, di das So, bestimt Next Biden, Ryoshan, Kole Why? Biden, Ryoshan, Kole Biden, Ryoshan, Kole Articles on Kole The Kole The Kole The Kole Undan Varun den Here That is why That is why Undan istas Der oder Entweder brauchen wir hier Der oder hier N Kolem 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 Undan Aber das sollte Kolem Meiner Meinung nach Wenn sie hier den schreiben Ansonst Nur Also Das ist dann Plural Feminine Flural Feminine De, Kolem Feminine Da demon Da div Da div Bae 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 As dativ Ya Da div Unta Bestim Bestim Richtig Das Leben ist richtig Next Ein neues Leben So Zimular, das Leben, das heißt Neutral, Nominativ Mase is dir daz, How you know it is Nominativ, If it is in a sentence, there must be some sentence, Is it Jee Moland, Ein Neus Leben, Furen, Oder was, Lets also give them an abortion. So, it means the subject is somewhere else Z Bolton, what is the complete sentence, complete sentence, go who is this, so the sentence is Z Bolton, why Denny Wilson, Kovaleh and Talg, Omnesarant and Vicefield by Troop and Tyson, Arbeit building and another life in the beginning. Where is the item, where is the item, 68. 68 35 7 Zeile Zeile 35 35 Sie wollten bei den großen Kohle und Stahl konzernen Ah Das ist das Problem Ich habe gesagt Warum nicht N Weil Das wollte ich Kohle konzernen Und Stahl konzernen Und Sie wollten Wollt Wollt Und Wollt 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 zum Beispiel bei Krupp und heißen Arbeit finden. Also das heißt sie wollten Arbeit finden und ein neues Leben beginnen. Ja. Ja. Richtig. Next. Unbestimmt. 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 Ein. In den 60 Jahren und 70 Jahren, das 20 Jahre hundert. Welche Zeile? Next. Von die 37. Okay. Hier. 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 Geben- Dr assets. Ja. 100. Ja. 100. Has ist article von Jaer hundert. Genetiv 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 Zingular Bestimt Adjektivist Schwan Bishvi Bishvi Neutral Neutral Bestimt Genetiv Genetiv Zingular Do you know joy? Are you getting? Yes, do you know joy? Yes, yes sir Okay Bishal, you understand not No, no No Okay What are we doing? The table is checking What is the following? What is the following? Okay, next Desh, Kleinus Manus Desh, Kleinus, Manus Desh, Kleinus, Manus So So Vishal Aap Desh, Kleinus, Manus Desh, Kleinus, Manus Man ka article Vishal Desh, Kleinus, Manus Desh, Kleinus, Manus Desh, Kleinus, Manus Danes Desh, Kleinus, Manus Die wenigen freien dager, welche zeile bitte? Wenn es ist? Fear und Jaxus Fear und Jaxus Oh, hier Die, Wehnegan, Freie und Tahanen Okay, now I will ask Yash und Pradeek Could you please try Yash and Pradeek So that I am sure So that I am sure So that I am sure Target is plural Target is plural Prisnesh And I don't know I don't know I don't know That's my side Oh, you are outside Pradeek, please help How will you learn Pradeek Pradeek That's correct It's plural But The case is Nominative Aakujative Is Nominative Aakujative Wenn die Gumm ist, dann kann man die Nominativen in den Nominativen in den Nominativen auch sein? Ich sage jetzt ja, ich habe viel zu verhindern, was nehme ich? Ich habe mich geladaspannt. Jetzt wird es gesagt, dass man das nicht mehr klärt, ist das nicht mehr verbunden. Es zeigt mir. Ich habe kein Wort für das Vertrechen. Wenn diese Hostin zum Beispiel von der jaunler ist, dann ist es sozusagen der Vertrechung. Wenn man die Verbrechen hat, dann wird es so zu gewinnen. Okay. Und? Bestimmt. Bestimmt. Yes. Bestimmt. Because Deen sehi paeta chal gaya. Inshleshten, seitens, sayle, arhnin jänsläks, jaa, 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 jaa. Wer will try this? Plural 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 Feminine & Dative ist es Dich Sait! Dich Sait hotha also ist es das Dich Sait hotha ist es Dich Sait hotha, damit wir uns ehem locht sagen wollen wir! A Last Dich Sait Troye of Hans Troye of Hans So, this Adjective So, this is plural, nominative, accusative, dative, genitive, faan is masculine normally, singular is faan, masculine, plural, genitive. Trioix, piri, erer are a, yeah? Ye tu, Troie, faan. Troie faan. Eer per jaanahi ni hai ouranko. May adjective kui baat kar raho ho, ye Troie kis liye aya? Trioix, piri? Die Kumpel warren Troy of Hans, hier Troy ne toh bholi jao, wo toh aangeh takt kiste hai genetive toh. But ye Troy, hiera pe ye Troy bhi genetive hai, kya? Ye nominative accusative darting mein se nahi hai, kya? Die Troy of Hans. Die nominative order. Yes, because the Kumpel and Troy of Hans, ek hi baat hai. Jaisi koji bole, ash, haise, devkaran. Toh devkaran aur is ek hi baat hai. Ram na. So Kumpel warren, warren ka matlab hi jain hai. Warren to jain ka hi form hai. That is nominative. So nominative here or other same hi rata hai. Troy of Hans. Samaj li ho na? Haas ni. Okay. One article. Sir, one bestim ta on a school? One article. One article. Troy of Hans, sida hi toh aagya. Un bestim toh ta baata tab aainya, aain na laga hota. One article. That is an article. One article. Naga. Gaby nighye toh oon a article. One article. Eain und funnsish, yeigen tag šweer arbeida. Ja, meinst du? Ja, meinst du? Ja, ja, hier, ja, hier. Ja, daub ist ein, es daub schwerer Arbeidz unfehl ist. Ja, so hier, schwerer Arbeidz unfehl ist. Ja, hier, ja, hier, ja, hier, unfehl means plural. Unfehl means plural. Masculine, Masculine plural und hier, Schwer hei Nauminati ho, Aakku jati ho oder Dati ho? Aakku jati ho? Kaise pata chala? Yes, exactly because Ais gift verb is Aakku jati ho? Aakku jati ho? So, Ais is subject and Un fele is object On a article? On a article, Schwer hei On a article, perfect Yes, next house of Gaab hei Naas maana sa? 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 Ok. Then ho jim weir, bils is zaiter, weir zindang moment, having wier h glove song gypsis leaders. Three times in left there is some reasons, GIGGESES so, you are Меня? Ok. That is never weird. Sarah fraj je genommen? Das is schwa era gypsis, bagi einen he say gypsis. Wir haben über Ruhrgebiet gelesen, aber hier haben wir heute Ruhrgebiet nach Kriegszeit. Früher war Ruhrgebiet keine richtige Stelle, da gab es nur Probleme, aber nach Kriegszeit, wie war die Situation, das sehen wir hier, lesen Sie den Internetbeitrag. Nach Kriegszeit, Krieg und nach Kriegszeit, also während Kriegszeit und nach Kriegszeit. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Ruhrgebiet schwer bombardiert, viele Städte wurden fast komplett zerstört. Das heißt, Amerika, Briten, Britannien, Russland und Frankreich, sie waren alle vier zusammen. Und sie wussten, Ruhrgebiet ist eigentlich Wirbelzäule Deutschlands. Wirbelzäule, Wirbelzäule, Riedke, Spinal Cord. Sie wussten, dass Ruhrgebiet ist in Ruhrgebiet, das ist die Ruhrgebiet. Sie haben, weil das war Finanzzentrum. Deutschland verdient viel Geld, Ruhrgebiet finanziert, fast ganz Deutschland, was sie hier haben. Also, Ruhrgebiet wurde schwer bombardiert und viele Städte, viele Städte wurden fast komplett zerstört, komplett ruiniert. Nach 1945 kam der Wirtschaftliche Aufschwung, Aufschwung ist Boom. Again, there was economic boom in Germany. Doch schon Mitte der 60er Jahre begann die Wirtschaftskrise. But again, after few years, again economic crisis was there. Kohle und Stahl aus Aasien und Südamerika waren jetzt billiger als die deutsche Produkte. Kohle, Kohle und Städte aus Asia und South America was cheaper. So, German products, ja, they could not sell. Bikini und viele Session und Stahlwerke mussten Sleshen. Many, also Session, Khandane, Steel Projects, Werke, Karkhane mussten Sleshen. They had to close. Die Arbeit los ist kein Stieg. Joblessness, Stieg, Steigen Stieg. Baddi. Feel a Kumpal, Sultan, Um und mussten influerente gehen. Oder mussten influerente gehen. Um Schulen bedeutet? Retraining. They train themselves for a new profession. So, um Schulen. Feel a Kumpal. Kumpal related. Arbaiter. Feel a Arbaiter. Shulten, Um, order mussten influerente gehen. Kampanai de boola bhai, kud kud trend karlow nae profession ke liye. Or, you can go through renter related. Pension. Pension. Pe chalein. Mussten. Mussten. Mussten ka matlab hai. That's a sign, that's what we get. Is it a sign? So, people don't leave you a sign. That's how you get married. I do. So, we say, we always say that we can get married. The second one. This is a sign of the other company. The first one is not a sign of the company, the company. That's a sign of the company. And how is that a sign of the company? You can get married? In now and the company? Es gibt neue Locations, neue Projects, Industrie, Unlocking. Sie sprechen von voranen Unternehmen. Die Industrie, die Locations waren, die in den Unternehmen waren, die in den Unternehmen waren. Die Industrie, Unlocking, Burden, Museum & Cultural Center. Sie sprechen von voranen Unternehmen. They became now Culture Centers. Quand es einer der so so Vor allem. Vor allem. Vor allem. Vor allem. Vor allem. Above all. Especially in den beraischen Medien, Bildung und Handel. Especially in these fields. Medien, Media. Bildung, Education. Und Handel, Business. Nei professions. In Bochum, Essen, Duisburg und Dortmund. Das sind die Universitäten. Wooden, Indian Zipsiger, Yarn, Universitäten. Gegründet. In these cities, Universities were established. Universities lagai ge ihaan pe. Benai ge. Heute, staffit ki ge. Gegründet. Gegründet. Heute, arbeiten, you were Jexish profession. They are mentioned in group debate. Deens, Leischtung, Verais. Earlier, they were working in production. Yet, Deens, Leischtung, Verais. It is service sector. Service sector. Earlier, production was there. They started working in service sector. Modern technology center, they are very attractive. Stand order means places. For Unternehmen, for Unternehmen, For Unternehmen. For Unternehmen. For Unternehmen. For Unternehmen. For Unternehmen. They are saying, Now, these are attractive places. Attractive hai arbeite place hai. So you can go and work there. Different. It is completely different. Das ist eine große Herausforderung. Erst mit dem Ende der Schwer-Industrie, Schwer-Industrie, das tough-Industrie, problematic-Industrie. Ent der Schwer, der hierher, die Kaisi erh? Genetiv. Genetiv. With the end of the industry, ist die Region zauberer geworden, wo kamie hat gaya, kharan ka turizini pura area, zauberer, sunar bandia, clean, zauberer geworden, ist geworden und das Ruhrgebiet ist ein attractives Seel. Now, this is attractive Seel. Seekheven da augen, burlau planen, destination. Rise Seel means your journey destination. As if you go al bardeje, noyef, right side parks, Fuskinger zonen, gross Echino center, we go al barde, renomy art, Schauspiel hauser, film banane ke liye un location ko kam me leete hain, Schauspiel hauser, waha pere film banai jati hain, kino center, cinema ghar, Fuskinger zonen, shopping ke liye log, arm sa ghoomte hain, fried site, achy 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 aap ko, waha pere recreation centers benne ho gaya hain, we bochum und Düsseldorf und und mein aap Fusbal maanshaften, so, agar aap baakhi kisi bhi area ki tulna kero, roo ke beet ki, to waha pere football ki pinch bhi jaga hai, indian Fusbal stadion, in Dortmund und Gelsen kershan shalk hai, Finden aap 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 pop concert hai, und aap re farang stahl tughlen, farang stahl tughlen, farang stahl tughlen means events, not only just football, there are also pop concert hai, indian ke stadiums yo hain, un mein, baakhi time mein, ur pop concert hai, ur moosab bhi hot hai aap kal, so, fruwer befehl keroon, firer tausend, und heute, miljonen, in Ruhrgebiet wohnen heute 10% menschen deutschlands, klar, so, wir vergleichen früher und heute, Ruhrgebiet früher und Ruhrgebiet heute, Arbeid früher, was für Arbeid war das? Schwere Arbeid, schmutzige Arbeid, harte Arbeid, anstrengend, schmutzig, schmutzig, und schwer, okay, und jetzt? Ja, so, und gesund, ja, hier war ungesund, schmutzig und anstrengend, und man musste viel arbeiten, Scholt plus Stunden, und heute, hoite, hoite gibt es Arbeid, hoite Arbeid maanen din's, laishtuns, beraish, more than 60% jobs are in sabi sector, und das ist jaugurer, all, yes, it is cleaner, wahan pe schmutzis ganda, now cleaner, jaugurer, 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 okay, und fruwer, frayzeit? Keine, keine Freizeit, keine Freizeit, und heute, es gibt viele Optionen, heute gibt es viel Freizeit Angebote, hier hat man gesagt, also Freizeit Parks, Badeseen, Fußgängerzonen, Kinocentern, Schauspielhäuser, es gibt vieles, und fruwer und heute, es gibt vieles, es gibt vieles, es gibt vieles, hausaufgabe, moment, acht, also seite 73, achte page nummer 73, achte, Ubum acht, what is the missing word, jaanbuske isko istre se chhupaya gaya hai, you have to find out, what is the missing word, okay, und, hier, wo leet, aajo, nekse, die, beherum, jipsish, firum jipsish, woziind, vizzer stheten, Wenn Sie die Location sehen, Sie müssen die Location sehen, wenn Sie die Location sehen, Sie gehen auf der Seite 66. Sie sind in Witten, Duisburg. Sie müssen die Location sehen. Sie müssen die Location sehen. Klar? Nein. Und hier. Jax. Next is Jax. Jax. Was muss man machen? Hier ist es. Seinen Umar. Seinen Umar. Seinen Umar finden. Again, I think it is the same text. Again, same text. It is very interesting. So, you have to just go through this. There are 5 mistakes. Kya kya mistakes hain? Woh nikalni hai. Plus, koon si line me tha? 68th page pe. So, A, B, C. Iske ye rekh leka. Das ist adastan. Klar? Yes sir. Okay. Yes sir. Mishtenke das ist genug. Be itrafa no it's done. Jovi jo. Amstam. Kuda? Einige kommen jetzt. Freu ich mich natürlich darauf. Auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.